Nagel. Nagel ist ein Teil des Körpers. Nagel ist der harte, flache Teil am Ende von Fingern und von Zehen. Manchmal kann einem etwas unter den Nägeln brennen und manchmal will jemand sich etwas unter den Nagel reißen. Nagel ist aber auch ein runder Metallstift mit flachem Kopf und Horn mit flachem Kopf. Man kann auch manchmal den Nagel auf den Kopf treffen. Vielen Dank.